Während der Corona-Pandemie wurden die eigenen vier Wände immer wichtiger, schließlich haben wir echt viel Zeit zu Hause verbracht. Die Folge ein wahrer Do-it-yourself-Boom. Ich hasse Bohren, warte. Hier hast du ein paar mal daneben gehauen, oder? Ich hatte einfach das Bild dann so drüber gegangen, dass man sich sieht. Es ist eine Farce. Die Frage ist allerdings, wie erkenne ich überhaupt gutes Werkzeug? Was taugen solche kleinen Akkuschrauber? Wieso denkt der Mensch sich denn so was aus? Und wie sieht es mit der Qualität von solchen Werkzeugkoffern aus? Die gibt es ja teilweise schon für unter 50 Euro. Du sollst ja preiswert kaufen, aber nicht billig. Qualitätswerkzeug wird bei uns im Westen in Remscheid hergestellt und da fahre ich natürlich hin und gucke einem Hersteller über die Schultern. Außerdem gibt es ganz viele Tipps und Tricks für die heimischen kleinen Baustellen. Jetzt heißt es aber nicht reden, machen. Herzlich Willkommen zum Haushaltscheck. Der Haushaltscheck mit Yvonne Willix. Keine Schraube locker. Gutes Werkzeug für kleine Baustellen. 2020 konnten die Baumärkte ihre Umsätze auf rekordverdächtige 22 Milliarden Euro steigern. Mittlerweile pendeln sie sich wieder auf normalen Niveau ein. Die Baustellen jedenfalls scheinen den Deutschen nicht auszugehen. Regale für die Küche. Ich werkle auch schon mal zu Hause. So ist es nicht. Ich bin im elektrotechnischen Bereich aktiv. Installation und so weiter. Tapezieren und streichen und so weiter. Alles, dass das geht. Das Dach von der Laube mit Holz und Tapetsblech eben drauf gemacht. Da braucht man eben auch Werkzeug. Und das gibt es in verschiedenen Preisklassen. Im Internet, im Baumarkt oder auch als Aktionsware beim Discounter. Aber wie finden ambitionierte Heimwerker oder Einsteiger den passenden Werkzeugkoffer? Koffertest. Wie viel muss ein Werkzeugkoffer kosten? Das wollen wir wissen und lassen drei Koffer gegeneinander antreten. Das Werkzeugset für den Haushalt von Amazon Basics mit 51 Teilen. Für den Koffer haben wir etwas über 43 Euro bezahlt. Der Parkside-Werkzeugkoffer ist ein Angebot von Lidl. Hier gibt's 95 Teile für knapp 55 Euro. Mit dem Proxxon PKW und Universal-Werkzeugkoffer bekommt man am wenigsten Teile, zahlt aber am meisten. Für 47 Werkzeuge haben wir im Angebot gut 150 Euro bezahlt. Gemeinsam mit Redakteur Maurice schaue ich mir die verschiedenen Koffer erst mal an. Wie entsteht der Preisunterschied? Was haben wir gekauft oder du hast dir ja alle bestellt? Wir haben einmal geguckt, dass wir so ein bisschen unterschiedliche Preiskategorien bespielen, um einfach mal zu gucken, muss ich mehr Geld ausgeben oder reicht auch so was Aktionswariges? Ja, wir sind ja natürlich immer ganz Ergebnis offen. Mir fällt aber als allererstes schon mal auf, dass bei diesem hier überhaupt keine Betriebsanleitung und gar nichts mit dabei ist. Während die anderen ja zumindest mal, also dieser Koffer hier hat mal so einen Hauch von, was ist es eigentlich, das ist eine Säge, aha, das ist ein Spannungsprüfer, so muss ich mit dem Cutter umgehen. Und der hat hier hinten, wenn du mal gucken willst, nochmal erklärt, was ich eigentlich alles in diesem Koffer drin habe. Und er hat dieses geprüfte Sicherheitszeichen. Und ich sehe auch noch ein TÜV-Rheinland-Zeichen. Was mir aber auffällt, dieses TÜV-Rheinland-Zeichen, das ist quasi, glaube ich, nur auf der Säge drauf, wenn ich mal hier richtig gucke. Ja, weil wenn du mal guckst, auf dem Hammer ist es glaube ich auch drauf. Oder ist das auf dem Hammer? Ach, das soll der Hammer sein. Okay, dann ist es aber, gilt dieses Riesending jetzt hier, was jetzt hier drauf prangt und wo ich denke, boah, ich habe echt tolle Qualität, gilt das jetzt für alles? Das müsste man den TÜV mal fragen, ne? Das finde ich ganz spannend. Oder generell, warum ist das da drauf, das GS-Zeichen? Der TÜV-Rheinland, hier ist überhaupt nichts drauf. Gar nichts, ne? Da ist sowieso nichts drauf. Aber die Frage ist trotzdem für mich, wie kann ich die Qualität erkennen? Kann ich die, kann ich die an diesem Zeichen erkennen? Kann ich die am Preis erkennen? Dann gehen die jetzt auf die Reise, würde ich sagen. Ja. Huch! Siehste, da fährt schon raus. Die Drei-Koffer testet für uns ein Pärchen, das auf gutes Werkzeug angewiesen ist. Kamila und Michel aus Amstetten sind neuerdings stolze Besitzer eines Kastenwagens. Sie suchen Werkzeug, um ihren Van für eine große Tour auszubauen. Ich merke schon, der eine Koffer ist viel schwerer als der andere. Fangen wir mal mit dem grünen hier an. Dieser hier, der hat so Kunststoffverschlüsse, die haben halt immer eine gewisse Lebensdauer. Metallverschlüsse fände ich schon schöner. Auf den ersten Blick würden mir da fehlen diese kleinen Bits, die wir in meinem Akkuschrauber reinstecken. Die haben wir beim Wähnungsbau ziemlich häufig benötigt. Schraubendreher, Schlüssel, sieht erstmal aus, als wenn da das Gängigste dabei ist. Ein sogenannter Knochen für, du hast jetzt da Torx, ich hab jetzt hier innen Sechskant zwei Zangen noch, einen Phasenprüfer. Eigentlich alles drin, was man so braucht. Und das Produkt vom Discounter? Was ich schon kenne, vom Wähnungsbau her, Cuttermesser. Der Satzkling ist da drin. Sehr schön. Maßband ist auch drin. Das krieg ich gar nicht richtig aus. Hammer. Kleine Handbügel, Satzsägeblätter. Hier zum Beispiel ist noch ne Spitzzange, die hat der Koffer, die grüne, die kommt auch so gar nicht dabei. Ich sehe auch, dass wir hier ne Wasserwaage haben, ne kleine. Hier sind die bezauften. Ja. Also ich würde jetzt mal darauf schließen, dass dieser hier weniger Werkzeug hat, aber trotzdem schwerer ist, dass hier alles, das Material ein bisschen hochwertiger ist. Würde ich jetzt mal vermuten, kann ich aber nicht sagen, weil ich mit beiden noch nicht gearbeitet habe. Vom Versandriesen kommt der kleinste Koffer. Und was ich jetzt schon sehe, ich werde da gerade angegrinst, ist auf jeden Fall echt süß. Hier merke ich direkt, die Verschlüsse, die sind ja nicht so qualitativ hochwertig. Die hat man auch schnell mal an. Oh ja, die fährt schon direkt ab. Da ist auf jeden Fall weniger drin, als bei den anderen beiden. Also was alle drei Koffer haben, was mir sofort auffällt, hier der Hammer. Total schön. Das hat so ein bisschen etwas von ganz früher, finde ich. Man sucht hier vergebens die Schlüssel, die man hier überall findet. Dafür hat der hier so einen verstellbaren Maulschlüssel. Da sind halt sämtliche Größen einzustellen. Wie sich die Werkzeuge im Praxistest schlagen, schauen wir uns später an. Ein jeder Handwerker weiß, gutes Werkzeug kommt aus Remscheid. Seit über 100 Jahren werden hier Maulschlüssel und viele andere Helfer produziert. Selbst der spätere Bundeskanzler Willy Brandt hat 1965 bei einem Besuch in Remscheid einen Werkzeugkasten als Geschenk überreicht bekommen. Made in NRW. Werkzeuge aus dem Bergischen. Ich besuche die Firma HZ in Remscheid. In der Produktion ist es vor allem heiß und laut. Hier erfahre ich, wie aus einem Stück Stahl ein Schraubenschlüssel entsteht. Hier ist das Rohmaterial, natürlich sechs Meter lang und da wird dann Stück für Stück immer abgeschnitten. Die werden jetzt hintereinander aufgereiht und im Ofen auf 1250 Grad hin. Jetzt kann man doch nichts Falsch machen. Falsch rum aber machen. Falsch rum? Alle falsch rum? Oh nein! Oh nein! Andersrum! Der Schmied muss das ja mit der Zange packen. Dann hat der hier immer ein Ende, wo der die Zange nimmt. Ein Schmied mit Zange, ein Schmied mit Hammer. Das sind die wirklich harten Jungs. 5 Schläge pro Spaltstück, 8 Stunden am Tag. Der Schmied mit Zange ist für ein Schmied. Der Schmied mit Zange. Boah! Das ist echt so hart! Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass das Material beim Schlagen heller wird. Das heißt, die innere Reibung wird das Material wieder heißer. Das ist doch richtig. Die blühen ja auch immer. Die kühlen jetzt erst mal ein bisschen ab und fallen dann hier rein. Wenn die die sofort da rein schmeißen würden, geht es wieder verformen, weil die noch zu weich sind. Jetzt muss natürlich noch das überstehende Material weggestanzt werden. Ihr habt ja schon Respekt vor diesen Maschinen. Die kommen ja schon mit ganz schöner Wucht da an. Darf ich? Ja, jetzt. Und? Raus aus der lärmenden Schmiede. In der Bohrerei wird der Ring gebohrt, das Maul gefräst und der Schlüssel nochmal geschliffen. Auch nicht gerade leise. Das ist dann ganz glatt jetzt sozusagen. Und da blitzt und blinkt das auch ein bisschen, ne? Genau, da fliegen die Pumpen. Das ist gerührt, ne? Genau, und er hat ja auch 4200 Stück. An einem Tag aber nicht. Nein, an Anfang. Nun kommen noch die Rillen in den Ringschlüssel, der im Anschluss im Ofen gehärtet wird. Jetzt haben wir extreme Spannung im Material. Wenn wir es jetzt beanspruchen würden, wird der Schlüssel sofort brechen. Er ist zwar extrem hart, aber nicht elastisch. Die Schlüssel kommen für die letzten Arbeitsschritte in ein Werk nach Heinsberg und werden dort fertiggestellt. Dann sehen sie so aus. Wie Ihre Kollegen aus dem Discounter. Warum kosten die denn viermal so viel? Das frage ich Marketingleiter Carsten Scholz. Das ist jetzt ein typisches Discounterprodukt. Der kostet ja nur einen Bruchteil von dem, was Sie anbieten. Warum soll ich denn so viel mehr Geld ausgeben? Das hängt ein Stück weit natürlich an der Anwendung. Aber unsere Werkzeuge sind gemacht für den harten täglichen Einsatz in der Industrie, im Handwerk, in Werkstätten, die unter den unterschiedlichsten Bedingungen und teilweise auch Umgebungsbedingungen dann arbeiten, die auch teilweise eine Federstahleigenschaft haben. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, jemand hat eine Panne und muss jetzt ganz schnell was machen. Jetzt fängt er an, den Schlüssel nicht normal zu benutzen und setzt einfach ein Rohr drauf. Dann verbiegt sich dieser Schlüssel ganz leicht und teilweise geht er auch wieder in die Ausgangsform, das ist diese Federstahleigenschaft, wieder zurück. Wenn er sich weiter verbiegt, dann sollte einem schon sagen, du, was du hier gerade tust, das tut mir weh, das ist nicht gut. Und da gibt es so eine gesamte plastische Verformung, also der bleibt krumm. Der bricht nicht sofort. Der bricht nicht sofort und das ist ein wesentlicher Unterschied zu den ganz preisgünstigen, weil die brechen oft unkontrolliert wie ein Streichholz und dann kann es zu ganz, ganz bösen Verletzungen kommen. Aber mal im Ernst, als Hobbyhandwerkerin belaste ich so ein Discount-Werkzeug ja nicht bis zum Äußersten. Einen normalen Schlüssel, wahrscheinlich bei dem auch, die kriegen sie mit normaler Handbetätigung nicht kaputt. Die Spreu vom Weizen trennt sich dann, wenn sie eben Hilfsmittel benutzen. Woran kann ich als Verbraucher, als Verbraucherin beim Kauf die Qualität sehen? Sie sehen die beim Kauf wahrscheinlich nicht direkt. Sie sehen die Marke, die teilweise oft für sich spricht. Es geht auch nicht darum, welcher Schlüssel am größten glänzt, der ist der stabilste, der schönste irgendwo. Sondern es sind wirklich die verschiedenen Arbeitsschritte und das, was er eigentlich in der täglichen Arbeit aushält. So ein Schlüssel reicht natürlich alle Male aus, um zu Hause mal einen Schrank oder was zu montieren. Schwierig wird es dann, wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihren Mann in den Keller schicken und da geht es mal an die Eingemachten, an die alten Schrauben, an verrostete, korrodierte, verdreckte Schrauben. Da trennt sich wiederum die Spreu vom Weizen. Wenn Sie damit pfleglich normal umgehen, können wir noch mal härter anfassen, die ganze Geschichte, dann hält der eigentlich ein Leben lang. Ich bin ja heute hier hin, wir sind in Remscheid, also mitten in Nordrhein-Westfalen. Wie viel von dem, was Sie machen, wird tatsächlich made in Germany gemacht? Das steht ja drauf auch. Genau. Also wir haben einen Eigenfertigungsanteil von gut 75 Prozent, made in Germany, made by HZ, in vier Werken. Drei hier in Remscheid, eins in Heinsberg. Und hier ist quasi ja Remscheid so das Epizentrum der Werkzeugindustrie. Warum eigentlich? Ich meine Remscheid, was haben Sie mit Werkzeug zu tun? Warum ist das hier die beste Gegend? Müssen wir heute nur rausgucken, dann wird die Frage schon was selbst verantwortet. Auch kurze Geschichte aus meinem Leben. 80 Prozent der Besuche von mir im Bergischen Land sind verregnet. So auch heute wieder. Das ist einmal, wenn man historisch zurückkommt, die vielen Niederschläge, die die Flüsse vollgemacht haben. Der sehr felsige Untergrund hier, wo entsprechend dann die Schmiedehämmer draufstehen konnten. Und da haben sich dann entsprechend die sogenannten Kotten gebildet, wo mit Wasserkraft entsprechend die Schmiedehämmer letztendlich angetrieben wurden. Und so hat sich das über die Jahrhunderte weiterentwickelt. Ich habe ganz, ganz viel gelernt. Ich bin froh, dass ich Ihren starken Jungs da mal ein bisschen über die Schulter gucken konnte. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Immer wieder gerne. Jede Menge Werkzeug brauchen auch diese drei hier. Rieke, ihr Mann Peter und der kleine Johann leben auf einem alten Bauernhof am Möhnesee. Hier gibt es immer was zu tun, aber die ganz kleinen Sachen, die bleiben dann meistens liegen. Kleine Baustellen, wie packt man es richtig an? Ja, muss ich Ihnen jetzt gar nicht erklären, dass ich hier auf dem Dorf bin. Und zwar in einem ganz kleinen Örtchen am Möhnesee. Und da erkennt man natürlich daran, dass der Schlüssel draußen hängt. Das kenne ich noch so vom Urlaub. Hi, das ist üblich auf dem Dorf. Man kann einfach reinkommen. Einfach reinkommen, das ist immer das Beste. Bis ich von oben runterkomme, ist eh schon zu spät. Dann kommen alle rein. Jetzt würde ich mich mit dir auch gerne über die Vorzüge des Landlebens unterhalten. Ihr seid ja hier auf so einem alten Resthof sozusagen gezogen. Wie lange wohnt ihr hier schon? Ein halbes Jahr. Erst ein halbes Jahr? Genau, erst ein halbes Jahr, noch nicht ganz so lange. Und haben vorher ein Jahr ungefähr saniert, alles renoviert, alles von A bis Z, alles, was man sich vorstellt. Und das ist eigentlich der Grund, weswegen ich da bin. Um die kleinen Baustellen zu beseitigen, was steht denn an? Punkt 1. Welcher Nagel für welche Wand? So, das ist mir ja schon beim Reinkommen aufgefallen, weil ich habe irgendwie so ein leichtes Mom-Ding mit schiefen Bildern. So, und hier hast du ein paar mal daneben gehauen, oder? Das fällt jetzt doch auf. Ich hatte einfach das Bild dann so drübergehangen, dass man sich sieht. Es ist eine Farce. Vorher sind die Nägel krumm geworden, als ich sie reingeschlagen habe. Okay. Also müssen wir vielleicht gleich mal fragen, wenn man so eine harte Wand hat, das hört man ja auch schon, welche Nägel man da eigentlich benutzt und wie man die am besten reinkriegt. Ob man die vielleicht immer alle gleich dübeln muss, oder? Das hoffe ich nicht. Meine Güte, habt ihr es schön hier. Hier ist doch gar keine Baustelle, ich kann gar nichts sehen. Doch, also es sind immer so die kleinen Sachen, die halt noch fehlen. Was wäre denn? Die ist ganz kleiner, aber wenn man da sitzt und man guckt auf die Schränke, guck du am besten mal, siehst du, dass die alle nur auf einer unterschiedlichen Höhe sind. Das geht gar nicht. Nee. Darf würde ich auch wieder zu viel kriegen. Darf ich? Ja, gerne. Ich weiß, dass wenn man weiß, wie es geht, relativ einfach ist. Aber ich vergesse das jedes Mal wieder, mein Mann weiß das immer. Letzte Baustelle, Bilder gerade aufhängen. Ich hatte ja die Idee, ganz viele Bilder auf einer Linie quasi, also so ein bisschen so eine schöne Hängung. Es ist auch eine Herausforderung, weil A möchte ich, dass die alle in einer Reihe hängen, das funktioniert nicht. Und dann sind sie halt sehr gerne sehr schnell schief. Da trifft es sich gut, dass zwei Experten auf dem Weg sind, um die Baustellen gemeinsam mit uns zu beheben. Vorher kurz noch ein Blick in den Van. Wie schlagen sich die Testkoffer bei unseren beiden? Das hier sind Profilhölzer. Das kommt im Prinzip später so an die Decke dran. Und ich würde sagen, wir nehmen dazu einfach mal alle Hammer von allen drei Werkzeugkoffern. Okay, jetzt habe ich den natürlich nicht optimal reingehauen. Deswegen gibt es hier zum Beispiel so einen Niederhaken. Und dann kann ich es ganz leicht rausziehen. Also das ist auf jeden Fall sehr positiv. Das ist mir bei den anderen schon aufgefallen, dass wir das nicht haben. Er ist sehr leicht. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die anderen Hammer sind. Ja, also von der Handhabung ist der auf jeden Fall besser. Man rutscht hier nicht so aus. Und der ist im Vergleich ein bisschen schwerer, aber auch nicht zu schwer. Ja, den finde ich irgendwie besser. Der hat auch hier, so wie er auch, einen Gummigriff. Aber durch die Rillen hat man einen viel besseren Griff. Und der hier, da rutscht man leichter aus. Ja, also wenn ich mich entscheiden könnte, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich den hernehmen. Den finde ich sehr gut. Mal schauen, ob die anderen Werkzeuge später auch überzeugen. Jetzt kommt aber erstmal Hilfe ins Sauerland. Ralf Esser ist Inhaber eines Hausmeisterservices. Er und sein Kollege Dennis Gröger wissen, wie Rieke ihre kleinen Baustellen in den Griff kriegt. Frage 1 an die Profis. Das Problem ist, was ist mit der Wand und was für einen Nagel nehme ich da? Es gibt ja diese normalen Messingnägelchen oder diese Zinknägelchen, die werden sich krumm hauen. Stahlstifte würden funktionieren. Oder natürlich Schrauben. Das wäre natürlich das. Wir wollen nicht dübeln. Ach so, dann bei manchen Wänden ist auch keine Chance zum Nageln. Ist es so. Wie muss die Wand beschaffen sein, damit ich überhaupt guten Nagel reinkriege? Also was natürlich immer geht, ist natürlich Putz. Putz ist weich, Ytongsteine sind weich, Rehgips ist weich, Holz ist weich. Und alles, was dann kommt, wie Beton oder Kalksandstein oder Naturbruchstein, da werden Sie keinen Nagel reinkriegen. Da wird der Nagel krumm. Okay. Und was für einen Nagel nimmt man? Also ich würde immer einen Stahlstift empfehlen. Der ist halt eben sehr fest, sehr stabil. Und der kann halt eben einiges ab und wirkt schon nicht beim Ansetzen krumm. Merke, je härter die Wand, desto härter der Nagel. Mit einem Stahlstift aus dem Baumarkt macht man als Heimwerker nichts verkehrt. Was tun gegen schiefe Schranktüren? Vielleicht mal so als allererstes, welches Werkzeug benutze ich dafür? Einen ganz normalen Schraubendreher. Keinen Akkuschrauber? Nein. Also sowas geht man lieber wirklich mit einem Schraubendreher an, weil ihr da wirklich ein besseres Handgefühl habt. Weil Schrauben, also so ein Akkuschrauber ist halt einfach elektronisch drücken und irgendwann bricht die Schraube ab und dann ist das schon nie kaputt. Und was muss ich dabei beachten, damit es auch bündig ist am Ende? Also erstmal ist es quasi zu beachten, wenn ich den geschlossenen Zustand von allem habe, sehe ich ja, wohin fallen meine Türen ab. Also wenn die Tür wie jetzt zum Beispiel rechts runterfällt, muss ich das untere Scharnier rausholen und das obere Scharnier reinschrauben. Dass ich es quasi insgesamt einmal drehe. Und mit welcher Schraube hole ich die nach vorne raus? Nach vorne raus hole ich sie mit der hintere Schraube. Ist ja logisch. Ich hätte natürlich gedacht, mit der vorderen Schraube. Ist ja logisch, dass ich das mit der hintere Schraube machen muss. Ja, weil ich ja das Scharnier rausholen möchte. Also ich... So habe ich länger im Weg. Das macht Sinn. Du musst sagen, hinten nach vorne und vorne zur Seite. Links, rechts, genau. Also nochmal zusammengefasst. Hängt die Tür links oder rechts runter, muss an der vorderen Schraube gedreht werden. Sie hebt und senkt die Tür. Mit der hinteren Schraube wird die Flächenbündigkeit der Tür eingestellt. Bedeutet, soll die Tür weiter in den Schrank rein, sind die Türen bündiger, wenn die Schraube weiter heraussteht. Jetzt müssen nur noch die Bilder gerade aufgehangen werden. Wie kriege ich, wenn ich eine Petersburger Hängung, so heißt das ja, diese Gestaltungsmöglichkeit, wie kriege ich die bündig hin? Liegt das daran, wie tief ich den Nagel reingehauen habe? Wie ich den positioniere? Wie positioniere ich den eigentlich? Genau. Also das kommt, einmal würde ich mir erstmal eine gerade Linie schaffen mit zwei Heftzwecken und Schnüre. Und dann ist es halt eben auch wichtig, die Nägel in einem gewissen Winkel einzuhauen. Weil wenn Sie den einen auf 90 Grad reinhauen und den anderen auf 45 Grad, hängen natürlich auch dementsprechend die Bilder nachher schief. Wenn ich jetzt keine Schnur und habe auch keine Heftzwecken, eine modernere Technik wäre ein Laser. Genau. Würdest du einmal zeigen, wie es geht? Also wie man den ausrichtet? Solche Linienlaser gibt es im Handel schon für knapp über 30 Euro. Ah, gucken. Der pendelt sich selber aus, der ist frei hängend. Das heißt, also egal ob der Fußboden ist gerade oder schräg ist, der Laser macht immer eine komplett gerade Linie. Und jetzt kann ich den natürlich, wie der Kollege das gerade macht, anpassen. Hier ist die Hängung, hast du so schön gesagt, ist die ja offensichtlich. Hier kriege ich das gut hin. Hier muss ich noch den Rahmen mitmessen. Wie mache ich das jetzt? Also ich würde das ganz einfach so messen. Wenn ich den auf dieselbe Linie messen würde, würde ich das einfach mit einem Lineal oder mit einem Zollstock würde ich mir einfach die Oberkante des Bildes bis Oberkante Nagel, das wäre jetzt hier genau ein Zentimeter, und den entsprechend von dem Laser abziehen oder aufraben, das rauf oder runter hängen. Aber einmal Staub wischen und die Bilder hängen wieder schief. Auch hier hat der Profi einen Tipp. Was man machen kann, ist einfach so ein bisschen Tesafilm in der Schlaufe dahinter rollen und die an die Wand drücken. Dann bleiben die hängen und bleiben aber auch gerade. Einmal gerade laut Auge aufhängt. Ich hänge mal auf, genau. Und dann einmal unten so ein bisschen dran drückt. So, dann ist es halt jetzt halt nicht schief. Genau, dass es so ein bisschen fixiert ist gegen so einen Luftzug. Natürlich will ich mit meinem Nagel keine Leitung treffen. Hier gibt es eine Faustregel. Profi-Tipp ist immer so, dass Leitungen, egal ob Wasser oder Strom, immer senkrecht oder waagerecht verlaufen. Das verlegt man eigentlich bei der Installation auch so. Das heißt also immer gerade zur Decke, gerade zum Boden oder waagerecht sollte man dementsprechend ein bisschen höher oder tiefer gehen. Oder das mit so einem Detektor, mit so einem Bohrlochmesser, wenn man das hat. Eben mal gucken, ob da irgendwelche Leitungen irgendwie sind. Einen solchen Detektor gibt es auch schon für knapp 20 Euro im Baumarkt. Weil ich mich ja quasi schockverliebt habe und ich heute ganz am Anfang des Tages gehört habe, ach man könnte auch mal ein kleines Praktikum machen, wie nagel ich denn richtig in Wände. Und wir müssen auch noch mal dübeln und bohren, würde ich gerne noch mal zu euch kommen. Na klar. Kann ich? Klar. Wir können auch jede Woche einen anderen Workshop machen. Bevor es aber zu Ralf in die Werkstatt geht, schauen wir nach M. Steppen in den Van. Wie gut sind die Schraubendreher aus den Testkoffern? Das Tolle ist ja auch, man kann sich im Prinzip das hier raussuchen. Und dann da oben drauf stecken. Ja, schön ist, dass das hier mit so einem Magnetverschluss ist. Heißt, die Bits fallen nicht direkt raus. Okay. Ich fange mal direkt mit dem hier an. Das liegt auf jeden Fall gut in der Hand. Lässt sich gut mitarbeiten. Die Schraube ist drin. Sehr gut. Jetzt sehen wir den von Parkside. Liegt nicht ganz so gut in der Hand. Hier hat man einfach ein bisschen mehr Grip. Klappt aber auch. Die Schraube ist auch drin. Das ist guter Letzt der von Firma Proxon. Genau. Liegt auf jeden Fall richtig gut in der Hand. Schraube ist drin. Der hat hier einen Magnetkopf, den hat der hier auch. Das heißt, wenn man Schrauben hat aus Stahl, die fallen nicht sofort runter. Also dein Fazit ist? Ja, ist auch wieder der von Firma Proxon. Okay, das ist unser Gewinner. Ja, auf jeden Fall. Proxon punktet erneut. Amazon spart durch einen Bithalter enorm viel Platz im Koffer. Auch andere Hersteller setzen auf dieses Werkzeug als vollwertigen Schraubendreher-Ersatz. Zurück zu Heimwerker-Profi Ralf. Er veranstaltet mit mir in seiner Kölner Werkstatt einen kleinen Workshop. Alles unter der Überschrift Hämmern, Bohren und Dübeln. Jetzt würde ich gerne von dir mal wissen, wie ich einen Nagel vernünftig in die Wand kriege. Okay, also wichtig wäre natürlich, den Hammer immer unten am Stiel zu fasst. Mach mal vor. Weil sonst nimmst du dem die Vibration. Das heißt, wenn du den hier oben nimmst, klemmst du dem quasi die Vibration ein. Und wenn du es unten packst, hast du einfach ein bisschen mehr Gefühl. Und der schwingt, das heißt, der Hammer macht die Arbeit selber. Und wichtig sind eben mehrere kleine leichte Schläge, als wenn du versuchst, den mit drei Schlägen zu versenken. Und wie macht ihr das, damit man sich nicht auf die Finger kloppt? Also wir machen es tatsächlich mit einer Zange. Wenn du so ein kleines Nägelchen hast, kannst du dir die quasi so da reinklemmen. Ja. Und dann kannst du das quasi anhalten, wo du möchtest. Möchtest du das ja mal versuchen? Ja, und dann einfach anhalten. Ja, du hältst das da an. Und wenn du jetzt quasi daneben hauen würdest, würdest du im Prinzip nur auf die Zange hauen und nicht auf die Finger. Und jetzt kann ich die aber auch schon wieder abmachen. Genau, und dann hast du das quasi sitzen. Zange ist gut, aber was haben Frauen nämlich nicht in ihrer Handtasche oder in ihrer Hosentasche. Aber meistens dabei ist ein Kamm oder eine Haarnadel. Und das kann man damit nämlich auch machen. Du kannst jetzt hier den dazwischen klemmen. Und dann hast du das gleiche Prinzip. Kannst du es jetzt abnehmen und... Ja, guck mal, ich halte ihn schon wieder falsch. Ich habe das gesehen. Ich wollte nichts sagen. Warum hast du nichts gesagt? Ja, ich denke, mach mal. Aber das ist schwieriger, oder? Ja, das ist viel schwieriger. Das ist total bescheuert. Nimm den mal unten, versuch es nochmal. Dann siehst du, wie der Nagel von selber da drin in der Wand verschwindet. Also, kleine Schläge und den Hammer unten anfassen, damit er schwingen kann. Nägel mit Hilfsmitteln fixieren, dann gibt es auch keine blauen Daumen. Vorhin bei Rieke wollten wir es nicht. Manchmal geht es aber nicht ohne Bohren und Dübeln. Gib mir mal die allerwichtigsten Tipps und Tricks zum Bohren. Also das Wichtigste ist natürlich, dass da nichts im Weg ist an Strom oder Wasserleitung. Das Nächste ist, um zu gucken, was möchte ich aufhängen. Also wie lang ist die Schraube, wie lang ist der Dübel. Und dass ich mir quasi die Schraube mit dem Dübel die Länge quasi schon so ein bisschen anhalte, dass ich dann weiß, wie tief ich bohren muss, damit ich nicht beim Nachbarn rauskomme. Und du hast hier bei diesem Gerät so einen Abstandshalter dran. Einfach hier draufdrücken, den Abstandshalter so lange rausziehen, wie mein Dübel ist. Und dann habe ich da halt eben einen Anschlag, wo es nicht weiter in die Wand geht. Genau, und der kleine Lifehack, sag ich jetzt mal, wie man das macht, wenn man nicht so ein Gerät hat, was dieses Ding hat. Ich halte den Dübel ran. Genau. So, und mache dann hier, so lang wie der Dübel ist, ein Klebeband und bohre dann quasi bis hier oben. Genau, bis zur Kante. Ich oder du? Na du, ich kann das ja schon. Ich hasse bohren, warte. Hi, das macht doch immer dieses komische Geräusch. Also, ich stelle mich jetzt gerade hier hin und mache jetzt was, so. Wichtig ist, die Bohrmaschine alleine laufen lassen und nicht drücken. Das heißt, also einfach anlaufen lassen und die Bohrmaschine macht die Arbeit von alleine. Juhu. Tatsächlich, guck mal, das war gut. Das war super. Wenn du drückst, kann der Bohrstaub nicht abtransportiert werden. Der würde das Bohrloch verstopfen und du würdest quasi dem Bohrer auch die Luft zum Arbeiten nehmen. Und jetzt, wenn ich den Dübel reinhau, dann setzen, soweit es geht und dann mit dem Hämmerschen einfach ein bisschen nachtickern. Es ist ja immer dieses Gehasele mit dem Staub. Und deswegen finde ich es einen ganz guten Trick, dass ich mir einen Umschlag, den habe ich jetzt mal einmal zusammengefaltet, und den klebe ich mir da hin, wo ich das Dübelloch machen möchte. Geht auch mit einem Kaffeefilter ganz gut, wenn man noch einen zu Hause hat. Tee würde auch funktionieren übrigens. So, und jetzt setze ich nochmal an. Hier kommt jetzt mein Bohrloch. Tipps zum Bohren. Als improvisierter Abstandshalter reicht auch Klebeband auf dem Bohrer. Alles, was den Bohrstaub aufhängt, erleichtert später das Saubermachen. Und wichtig, nicht drücken, sonst kann die Maschine nicht richtig arbeiten. Danke, dass du den Spaß mitgemacht hast. Und wirklich, ich muss mir das merken mit dem Hammer. Ich bin echt immer so dran. Die meisten Heimwerker haben einen Akkuschrauber zu Hause. Und die gibt es auch in ganz klein. Aber haben die auch genug Power? Das wollen Maurice und ich mit Werkzeugexperte Andri Brockschmidt herausfinden. Er ist seit 20 Jahren in der Baubranche tätig. Er berät Unternehmen und berichtet auf seinem YouTube-Kanal über die aktuellen Werkzeugtrends. Alter, was ist das denn? Läuft da was raus oder was? Kleine Kollegen, was taugen Mini-Akkuschrauber? Es treten an der Bosch XO6. Die Redaktion hat ihn im Angebot für knapp 50 Euro gekauft. Der futuristisch aussehende Mijia-Schraubendreher von Xiaomi für 45 Euro. Und der Parkside PAS4D5 von Nidl für ca. 30 Euro. Wir wollen jetzt rausfinden, was können die Dinger. Und bitte schön, wir wechseln gleich ab. Jeder drei Schrauben. Und ich würde mal sagen, auf die Plätze, fertig, los. Jeder dreht also mit jedem Schrauber drei Schrauben, die knapp drei Zentimeter lang sind, in Fichtenholz. Ich habe schon ein bisschen zu kämpfen. Also hier mit dem muss ich viel mehr Kraft aufwenden als mit dem. Kräftemäßig ist hier schon Ende der Fahnenstange. Also das sind natürlich jetzt, sag ich mal, relativ kompakte Burschen. Die sind jetzt nur für mal eben schnell was zu machen, was man auch in der Küchenschublade liegen haben könnte. Ja genau, so klassischerweise hier so ein bekanntes schwedisches Möbelhaus und einen Schrank aufbauen, dafür passt das. Das Gerät hat ja noch ein paar andere Zusatzfunktionen. Also da kannst du ja, guck mal, da kannst du ja noch eine kleine Stichsäge oder Kreissäge oder irgendwas draus machen. Kreissäge wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber du hast hier so eine Schere quasi, wo du, was weiß ich, Stoffe, Leder oder sowas schneiden kannst. Dann hast du hier noch einen Aufsatz, wo du das Drehmoment einstellen kannst, also quasi wie tief soll die Schraube reingehen und dann hört er irgendwann auf. Und das ist noch ein Exzenter-Aufsatz, beispielsweise du bist irgendwo in der Schublade und hast so eine Schraube in der Ecke, um da dran zu kommen. Und das ist einfach hier, du kannst tatsächlich um die Ecke schrauben mit einem Winkelaufsatz. Ist das sinnvoll oder machen die das nur, um den Koffer voll zu machen? Nein, 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 das kann tatsächlich sinnvoll sein. Punkt für den Koffer vom Discounter. Aber bringen die Minischrauber auch wirklich Leistung? Mit den kleinen Schrauben hatten die ja schon so ihre Probleme. Wir müssen ja mal gucken, das waren jetzt 35er-Schrauben. Und da merkst du schon, okay, der versenkt die noch, teilweise hat er sich schwer getan. Wenn du jetzt aber mal ein Regal irgendwie in die Wand dübeln möchtest, dann bist du natürlich schnell auch mal hier so bei einer 60er-Schraube. Und ja, da würde ich gucken, da können wir mal sehen, was dann passiert. So, eine ist drin, der blieb rot. Jetzt schon? Das ist einfach eine Schutzschaltung, da sagt er, okay, bitte nicht mehr. Diese hat auch abgeschaltet, ich habe die Schraube nicht versenken können. Und damit brauche ich ja im Prinzip jetzt auch nicht weitermachen. Ach, vorbei. Hat er auch abgeschaltet, ne? Vorbei, ja, vorbei. Weil der dann zu heiß wird, oder warum hört der dann auf? Nein, der hat einfach die Leistung nicht. Ja, guck mal, ist ja echt witzig. Die geht nicht bündig rein. Wofür brauche ich denn so ein Teil? Nur weil das irgendwie hübsch aussieht? Wieso denkt der Mensch sich denn so was aus, wenn ich da keine Schraube bündig mit versenken kann? Pass auf, du kannst einen Mofa kaufen, du kannst ein Motorrad kaufen. Ja. So. Warum kaufen Leute Mofas? Oder einen 50er-Roller? Weil sie damit eben, sag ich mal, in der Stadt ganz gut unterwegs sind. Okay. Und dann zeig mir bitte mal einen Akkuschrauber, der preislich jetzt auch nicht irgendwie in so einem High-Level ist, dass ich mir nichts anderes zu Weihnachten wünschen kann. Das ist jetzt so ein Gerät. Du kriegst so einen Akkuschrauber im Set. Da sind auch Bits dabei, Ladegerät, zwei Akkus. Wenn du mal guckst, bei den einschlägigen Versandhäusern, im Angebot um die 100 Euro. Hier kann ich natürlich schon mit bohren. Ich habe ja ein Bohrfutter, wo ich einfach auch einen Bohrer reinmachen kann. Aber, was machst du denn jetzt zum Beispiel, du bist jetzt hier mit am Werkeln. So, jetzt steht der zweite Schrank da. Der Akku leer. Was machst du? Machst du erstmal eine schöne Kaffeepause. Und hier hast du einfach einen Wechselakku dabei. Das heißt, der eine Akku lädt. Und da machst du so. Klick. Du kannst aber hier auf jeden Fall eigentlich alles mit Schrauben bohren, was im Haushalt vorkommt. Drehmoment ist das Zauberbord. Das beschreibt die Kraft, mit der die Schraube im Holz verschwindet und wird in Newtonmeter gemessen. Laut Hersteller liegt das bei unseren Mini-Akkuschraubern zwischen 4,5 und 10. Die großen Brüder haben bis zu 30 Newtonmeter mehr. Auch diese Geräte gibt es schon für relativ kleines Geld. Jetzt will ich aber auch wissen, ob der große Schrauber unsere Testschraube im Holz versenkt. So, und jetzt. Ha, wow, alles klar. Okay, damit kann ich dann natürlich auch vorstellen, dass ich mir einen riesengroßen Schrank oder sowas aufbaue und dann mal eben wut, wut, wut machen. Oder irgendwo ein Brett zusammenschrauben oder eine Terrasse schrauben. Das könntest du damit dann schon machen. Also ist das eher ein Spielzeug und das ist ein Werkzeug? Ich weiß, ich habe jetzt irgendwie so ein Schränkchen oder so. Und da sind vielleicht sechs kleine Schräubchen. Ja, hast du in der Schublade, machst du eben. Und hier ist Akku kaputt, Gerät kaputt. Theoretisch ja. Richtige Freaks schrauben das natürlich auf, wechseln dann die Zelle. Da ist eine Akkuzelle drin, also die laufen auf 3,6 Volt. Hier sind drei von diesen Zellen verbaut. Deswegen natürlich auch deutlich mehr Kraft. Wer Terrassendielen verlegen oder eine Gartenhütte zusammenschrauben möchte, wird mit einem kleinen Akkuschrauber vermutlich nicht glücklich. Lieber direkt zu einem größeren Modell mit Wechselakku greifen, um Nerven und Zeit zu sparen. Zurück zu unserem Van-Pärchen. Jetzt sind die Kombizangen dran. Ich kneife den Nagelkopf hier ab. Okay, ist ein bisschen schön. Geht aber. Liegt nicht so ganz gut in der Hand. Man sieht das auch hier. Hinterlässt so kleine Druckspuren. Ist nicht ganz so angenehm. Dann nehme ich immer mal die zweite. Das hat ein bisschen länger gedauert. War auch ein bisschen schwieriger, ehrlich gesagt. Liegt aber ein bisschen besser in der Hand. Jetzt die dritte von Proxon. Okay, das ging jetzt mega schnell. Ich glaube, das hätte ich sogar mit einer Hand geschafft. Das ist auf jeden Fall der Testsieger. Ja. Eine Kombizange ist ein Multifunktionswerkzeug. Man kann mit ihr wie mit einem Seitenschneider schneiden. Mit den Backen lassen sich aber auch Schrauben fixieren. Steht denn auch irgendwo, woher das Werkzeug kommt? Das habe ich bei der ein oder anderen Zange eben flüchtig gesehen. Also hier steht drin, made in Germany. Von der Firma Knipex. Ja. In dem Proxon-Koffer auch. Ja genau, von Proxon der Koffer. Und das gleiche habe ich hier auch gesehen. Das ist mir in den Augen gefallen. Hier, wenn der Stahl eingrabelt wird. Steht das bei den anderen auch drauf? Ja. Also da bei Parkside nicht. Und in dem kleinen Koffer. Kannst du auch nichts erkennen, ne? Wir haben nachgefragt. Von Amazon gab es keine Antwort. Das Werkzeug aus dem Parkside-Koffer kommt aus China. Die Knipex-Zangen aus dem Proxon-Koffer werden in Wuppertal produziert. Der Rest ist Importware aus Taiwan. Das sagt natürlich erstmal nichts über die Qualität aus. Trotzdem, nur zwei Zangen sind made in Germany. Für welchen Koffer würdest du dich am ehesten entscheiden? Also ich würde mich für diesen Koffer hier, der Firma Proxon, entscheiden. Weil da für mich die Werkzeuge am meisten Qualität haben. Weil die am besten in der Hand liegen. Und ja, fühlen sich einfach am besten an. Auf Platz zwei wäre der von Parkside, der Koffer. Weil da ziemlich viel drin ist. Also der ist ziemlich gut ausgestattet. Und ja, an dritter Stelle ist der von Amazon. Da ist ziemlich wenig drin. Und das Material würde ich jetzt auch nicht so hochwertig einschätzen können. Also vom Umfang her würde ich von mir aus sagen, auf Platz eins, zwei und drei. Kamila favorisiert den Lidl-Koffer. Michel setzt auf Markenqualität. Wie urteilt der Werkzeugexperte? Also wenn ich nur zweimal im Jahr irgendwie ein Kabel durchknipsen möchte, komme ich ja eventuell mit so einem Ding auch klar, oder? Ja, also du sollst ja preiswert kaufen, aber nicht billig. Okay. Und was du jetzt in der Hand hast, ist ein Seitenschneider. Den brauchst du, wenn du mal irgendwo so ein Kabel oder so abknipsen willst. Und das kannst du nämlich hier ganz schön sehen. Jetzt mach mal ganz und jetzt so. Und was passiert? Ja. Also du reißt es eher so, ne? Ich reiß das eher. Also der hat das nicht. Ja, hier stehen jetzt noch so einzelne Adern. Und wenn du jetzt mal guckst, du hast hier diese Kanten. Und wenn ich jetzt zudrücke, dann gehen diese Klingen eigentlich übereinander. Ah, okay. Hier habe ich jetzt im Prinzip ein Pendant von einer guten Marke. Und da ist das hier viel präziser. Und wenn du das jetzt hier mal machst. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so die Mega-Überraschung, dass du den gar nicht anpacken willst. Hier den Koffer habe ich den Eindruck. Sondern sagst du, ne, das ist mir zu billig. Also das ist nicht preisgünstig, das ist billig. Und deswegen auch zu teuer gekauft. Nur wenige Euro drauflegen, dafür aber viel mehr Werkzeuge. Wie gut ist der Koffer vom Discounter? Ist der besser? Hat der seine Berechtigung? Meine Erfahrung ist, dass das nicht wirklich toll ist in der Regel. Aber auch kein Schrott. Ich unterstelle jetzt hier nicht, dass das eine Sache ist, wenn ich jetzt hier mal ordentlich Kraft aufwende, dass das Ding zerspringt. Das glaube ich nicht. Wenn du die Verarbeitung mal vergleichst. Also das sieht jetzt nicht, wo du denkst, da ist jetzt nicht irgendwie, oh Gott, ne? Ja, und du hast einen Hammer. Und wenn du den zweimal im Jahr gebrauchst, denke ich, wirst du auch nicht unglücklich damit. Außerdem erkenne ich das GS-Zeichen und das TÜV-Zeichen auf dem Hammer. Kompletter Schrott wird es also wirklich nicht sein. Das GS-Zeichen steht für geprüfte Sicherheit. Die Hersteller entschließen sich freiwillig, diese Sicherheit von einem unabhängigen Prüfhaus untersuchen zu lassen. Beim Discounter-Werkzeug hat der TÜV zusätzlich noch den Hammer geprüft. Ich hatte ja ein ganz, ganz nettes Pärchen, die die Koffer für mich ausprobiert haben. Die bauen sich gerade einen Van aus und die kamen hier mit diesem Koffer gut klar. Das deckt sich so ein bisschen mit deiner Einschätzung. Das ist jetzt nicht der komplette Schrott, sondern das kann man auf jeden Fall benutzen, auch wenn man ein etwas größeres Projekt vor sich hat. Kann ja auch durchaus sein, dass jetzt beispielsweise das Pärchen einen Akkuschrauber hatte und dann waren die ganz glücklich, dass hier zumindest schon mal Bits dabei waren. Deswegen ist ja immer wichtig, was habe ich für einen Anwendungsfall. Kein Schrott, aber auch nichts, was man seinen Kindern vererbt. Und der teuerste im Test? Ich habe hier Schraubendreher mit drin. Ich habe einen Hammer, wenn ich was... Ich habe eine Zange, die ich wofür einsetze? So eine Knipschzange? Ja, das ist eine Wasserpumpenzange oder auch der Profi sagt Wapu-Zange. Das sind halt für größere Durchmesser, zum Beispiel jetzt, wenn du so ein Siphon verstopft hast oder so. Damit könntest du das jetzt hier losdrehen. Viele kennen sie auch als Rohrzange. Wer an Abflüssen und Rohren arbeitet, sollte sie auf jeden Fall im Werkzeugkoffer haben. Wenn ich mal überlege, so eine Zange, made in Germany hier, eigentlich so mit von einem der Marktführer, kostet 15, 20 Euro. Das macht den Koffer natürlich teurer. Ich frage mich aber, warum auf diesen scheinbaren Qualitätswerkzeugen überhaupt kein Siegel drauf ist. So kann der Kunde ja nur durch die Marke, die Haptik und den Preis vermuten, dass er gutes Werkzeug in der Hand hat. Der TÜV schreibt uns dazu Folgendes. Auch viele Markenhersteller arbeiten wie Handelshäuser und Discounter im Rahmen ihrer Qualitätssicherung mit Prüfhäusern zusammen. Das Prüfzeichen ist in vielen Fällen aber nicht Gegenstand der Prüfungen. Einige Hersteller vertrauen auf die eigene Sicherheitsstrahlkraft ihrer Marke. Aus Verbrauchersicht ist das natürlich, ich sag mal so, etwas unbefriedigend. Nur auf etablierte Marken zu vertrauen, ist mir zu wenig. Hier ist definitiv noch Luft nach oben. Fazit des Koffertests. Der Werkzeugkoffer von Amazon ist im Check durchgefallen. Zu günstig produziert, hier wird an der Qualität gespart. Den Parkside-Werkzeugkoffer gibt man zwar nicht an seine Enkel weiter, Hobbyheimwerker kommen aber mit dem Werkzeug für etwas über 50 Euro zurecht. Beim Koffer von Proxxon bekommt man teilweise Markenqualität, die mehrere Jahrzehnte erhalten kann. Das ist nachhaltiger und auf lange Sicht trotz höherem Preis günstiger. Und wer genau weiß, was er braucht, der kann sich seinen Koffer auch selbst zusammenstellen. So, jetzt guck mal hier. Das ist also das, was du jetzt sagen würdest, das braucht man auf jeden Fall. Ein Hammer. Ja, ein Hammer ist immer ganz gut, ob er so groß sein muss. Das sind die, wie heißt es jetzt? Genau, das ist im Prinzip ein Bit-Halter. Und hier sind dann, ach da passen auch diese Nüsse drauf. Genau, das ist im Prinzip ein Set in sich selbst. Ah, und hier ist die Ratsche dann auch noch mit drin. Genau, du hast eine kleine Mini-Ratsche. Quasi die kleine Werkzeugtasche für unterwegs. Solche Sets gibt es bereits ab 15 Euro. Dann haben wir noch eine Zange, dann haben wir hier einen Maulschlüssel, der ist auch noch verstellbar. Das ist ein Ringschlüssel und der hat jetzt, das ist ein Feature, oder das ist sehr smart. Du hast nämlich vier Größen. Du kannst also jetzt hier 19, 13, 10, 17, so vier gängige Größen und jeweils als Ratschenfunktion. Praktisch, falls ich mal an ganz engen Stellen arbeiten muss. Da komme ich nämlich mit einer normalen Ratsche nicht hin. Dann habe ich hier noch einen Schlitzschraubendreher. Mit Phasenprüfer. Mit Phasenprüfer. Also der sich jetzt ein bisschen mehr traut oder sagt, okay, ich will mal eben gucken, ob auf der Dose da Strom drauf ist. Hat auch noch einen Phasenprüfer mit dabei. Das Standard-Equipment für den Heimwerker. Einen Hammer, Bit-Halter als Schraubendreher-Ersatz, ein Steckschlüsselsatz, also Ratsche und Nüsse, um Muttern zu lösen. Ein verstellbarer Ringschlüssel mit Ratschenfunktion für schnelles Arbeiten an schwierigen Stellen. Die Kombizange als Allzweck-Werkzeug. Dazu einen Phasenprüfer und einen Zollstock zum Nachmessen. Dazu ein paar Grundregeln zum Werkzeugkauf. Den Bedarf im Auge haben. Es muss nicht immer ein Koffer mit 200 Teilen sein. Werkzeug bei namhaften und bewährten Herstellern oder Handelshäusern kaufen, die im Zweifel einen Ruf zu verlieren haben. Zum GS- und TÜV-Zeichen sollte auch auf das CE-Zeichen geachtet werden. Der Hersteller bestätigt damit, dass ein Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht. Alle Aufschriften sollten auch in deutscher Sprache und der Hersteller zweifelsfrei erkennbar sein. Und natürlich auf die eigenen Sinne vertrauen. Gibt es scharfe Ecken und Kanten? Fehlen Teile? Ist das Material brüchig oder spröde? Riecht das Werkzeug seltsam? Falls ja, lieber liegen lassen. Tatsächlich hat ja der Do-It-Yourself-Boom absolut seine Berechtigung. Es macht nämlich richtig Spaß, selbst zu Hand- und Heimwerken. Wer jetzt allerdings überlegt, sich ganz individuell seinen eigenen Werkzeugkoffer zusammenzustellen, was ich mega sinnvoll finde, der muss beim Kauf von Werkzeug wirklich darauf achten, dass es gut in seine eigene Hand passt, wie überhaupt die Griffigkeit ist. Und tatsächlich sind Preis und Marke entscheidend, um rauszufinden, habe ich hier ein Qualitätswerkzeug oder eines, was ich leider nicht mehr an meine Kinder weitervererben kann. In diesem Sinne, fröhliches Handwerken und hauen Sie sich nicht auf die Finger.